Was ein YouTube-Link ist? Das ist kein Problem. Ja dann. Du kannst ja auch Song-Requesten. Hast du deinen Bot noch an? Nee, Song-Request buggt Riese. Bitte! Aber ich glaube, ich kann das irgendwie einstellen, dass der Spotify abspielen kann. Ja, damit muss ich mich mal genauer beschäftigen und so. Können wir suchen? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Können wir suchen? Ja, wir können suchen. Was könnte für Mucke, Alter? Einfach. Können wir suchen? Ja, wir können suchen. Ups. Was für Morgs schon wieder? Morgs? Du Morgs. Geht gar nicht. So, hier. Reset sie win. Riese Biest. Das war noch ein Twitch-Chat auf dem Handy aufmachen. Das ist ganz klar. Wie findest du eigentlich meine Karre? Da gab nichts dazu. Wie findest du meine Karre? Ja, geht so. Eine Difficulte. Ja, geht so. Eine Difficulte. Ein Octane ZS-Up-Gun. 3.15 Minute, Alter. Läuft hier. Ja? Hast du richtig geil reingenetzt? Drei Mal schon mit Aguero, ja. Einfach durchgerunt. Nee. Der will mal jetzt eigentlich in der Back of the Car oder nicht? Ja, gleich nach der Runde. Der geht ja gleich raus und schalt nicht. Ich eskalier gleich, wenn Twitch jetzt nicht so funktioniert wie ich das will. Was geht halt los? GG. WAH! What happened? Ein Pressball happened. Ach, du ein 30er, kannst gar nix. So. Juhl. Alle wie in den Fingerraums hast. Was ist los? Da muss... TAH! Oh, da war ein bisschen hoch. Nice Nico, nice. Kein Problem. Ja! Schade. No problem. Die 0, ja. Nice. Richtiger Käse-Kopf ist das hier. Aha, EURU ist auch ein nice Spieler, oder? Eins nicer Spieler? Ja, genau. Hier Vorlage für dich. Schade. Ja. Jaaaa. Jetzt klingelt's. You're living on the bag of the game. Huh. Das ist geil, dass der hat den Spieler Aura, aber Gott. Irgendwie ist der absolut die Gleisbrot. Hat er einen Flash Player? Hat er einen Flash Player? Ja, aber doch Flash Player, wahrscheinlich. Nein, der hat den Spiel Aura, hab ich gesagt. Okay, also fällt Flash Player. Ah, das ist halt meistens so. Ist auch so, Ibra ist halt übelst das Biest vor dem Herrn. Aber entweder ist dein Ibra gut, oder der vom Gegner. Es können nicht beide auf einmal gut sein. Es ist unmöglich in FIFA. Oder sie leben halt im Back of the car vielleicht. Ja. Der eine Ibra hat in der Karre gepennt, und der andere im Hotel. Und deswegen ist der, der in der Karre gepennt, heute rieseschlecht. So sieht's nämlich aus. Hast du den? Ah, nein. Dass du im nächsten FIFA musst du auch noch ein Hotel bezahlen und so für die Spieler mit ihr besser spielen. Mhm. Ja. Je geilere Unterkunft, desto geiler spielen die nicht. Ja. Ist auch gut so. Tim, ich hab vorher gegen das absolute Kiste-Team gespielt. Und in FIFA, was weiß ich, dann gibt's ja noch Momentum, ne? Für jeden FIFA Momentum. Ja, für jeden FIFA Momentum. Ja, für jeden FIFA Momentum wurde es ja angeblich rausgenommen. Ja, was? Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall Tim, der hat eigentlich noch wirklich mit dem Sympfiel aus dem FIFA wird abgezogen. Der war einfach richtig schlecht, der ist halt so halb gerollt, sag ich mal. Der Tor hat sich einfach hingelegt, den hat abgefälscht, dann kam einer und dann hat ein Abgestaubtes reingegangen. Der hat sich einfach hingelegt. Hat ein Abgestaubtes. Der hat sich einfach hingelegt, Alter, das ist so geil. Aber das hat kein Momentum, das ist einfach nur Logik, weil der Schuss war halt so schlecht, dass er schon wieder gut war. Ja. So sieht's nämlich aus. Aber er trifft ihn. Echt? Er trifft ihn, aber der Ball nicht. Das ist extra Livestream-Entertaining hier. Niko ist gleichzeitig noch mein Sound-Bot für den Stream. Was bin ich? Du bist mein Sound-Bot für den Stream. Und ein Chaos-Bot. Der war eine gescheite Musik, Kerl. Kerl, wenn ich auch keine Musik mache, ist gerade um Wurz-Musik. Ich kann da eine Musik-Bot reinholen. Richtig geile Mucke dann. Ja, da kann sich... Da sind keine Witzige. Ja. Ja. Riesegeil, oder? Ja, okay, ich wollt grad sagen. Wenn das dann Gamer-Mucke ist, dann wird mein... Wird das auf YouTube gesperrt, wenn ich das hochlasse. Wenn das was ist? Dass Gamer-Mucke ist. Ist zu lange Gamer-Mucke? Keine Ahnung. Ich glaub mal nicht. Gamer-Mucke. Es will sicher keiner geben. depois sagt... cji nach ihm ja nicht. whatever... Steffen und Patty werden sich geworfen, wenn die Schlager kommen würde. Oh... So seriously, wenn diese Blockenfuct ankommen sind, dann jetzt dringend lohn. Ja, okay nicht. Ah! Ah! Arrrr! Okay. Tja, da machst du einfach nix. Also, was ist das denn? Was ist das denn? Der Ball ist drin! Lass du Wacklers! Scheiße! Scheiße! Jawoll! Der wollt's auch zu schön machen! Jaaa! Weeeee! Hey, wechseln wir sind neuer! Hey! Oh nein! Oh, du sollst irgendwelche Japsen machen, glaube ich. Das sieht was aus. Huh! Ich helf dir mal. Oh! Boah! Das ist gar kein Problem. Ah! Oh, er lupft die drüber! Er lupfer! Wow! Hohohoho! Scheiße, das sind ja nur 10 Sekunden. Mal weg! Du solltest noch spannende machen, oder wie? Warte ich... okay dann nicht. Ja, das ist aber in der Bewegung drin schon, ne. Oh! Oh! Nein! Doch! Oh! Er macht Tricks! Oh! Wies mal jetzt auf die andere Seite, gar in den Käsekopf. Oh! 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 Befreiungslag! Nein, Nico, warum nimmst du den Boost? Ah, das ist doch mal... Ich hab keinen Boost mehr. Ich hab keinen Boost mehr. Mega Boost! Ich hab keinen Boost mehr. Ich hab immer noch Boost! Hau drauf! Jawohl! Ja, 12 Boost. Ich hab immer noch Boost! Ich hab immer noch Boost! Ich hab... Ich hab immer noch Boost! Ich hab auch Boost! Pfff... Ich nutze meinen Boost jetzt! Jetzt mach ich nutze ich auch meinen Boost! Oh, er trifft ihn! Ich bin nicht klar. Ich schon. Richtig uns günstig? Richtig uns günstig? Ne, das ist geil. Das ist riesige. Riese, riesige. Mucks, mucks! Äh! Ich bin nicht drauf! Ich auch! Cool, einfach mal einspringen! Nein! Ich hab keinen Boost! Ich hab keinen Boost! Ich hab keinen Boost! Ich hab keinen Boost! Ich mucks jetzt! Oh! Hast halt echt riesige Mucks! Ah, kein Problem! Ahhhh! Okay, da hast du nochmal gemuckst! Dankeschön! Warte! Du bist dann wieder weggefickt! Ich hab nur... Ich bin nur auf... Ich bin nur auf... Ich bin nur auf den Ball gegangen! Und ich den gestriffen hab! Gestreichelt hab mit dem Ball! No homo! Ja, den musste er haben! Ich hab keinen Boost! Ja, ich hau ihn oder irgendwie zur Seite! Ich hab Boost! Warte, euch in die Mitte! Nesslich! Oh! Ahhhh! Das war schlecht! Oh! Jetzt ist das Tor leer! Das Tor ist leer! Und der Ball ist drin! Tor! Ja, das war alles... Die bischemarsche Fuchsfindra! Ah, guck mal! Perfektes Time! Perfektes Time-em! Ich hab grad wieder jemand geadet wegen Trading! Das hat man sogar im Stream gesehen! GG-Gripper wieder! Das war richtig, der dort steht! Case-Prot zu 3! 8-0! Ach, fast! Er hat zweimal riesige Rein-Momentumt! Mhm! Oder einfach zweimal Case-Prot! Ja, genau! Hey! Alter, was ist das für Mucke hier, Alter! Was willst du? Barger! Warte, aber wie heißt der hier überhaupt? French Montana Feeds Rarely Unforgettable! Unforgetable! Unforgetable, ja! Unforgetable! Oder Unforgetable-e! Ich hab's ja wie Justin Bieber, oder? Äh! Sind deine Lupus noch da? Ja, na klar, Alter! Oder, warte, lass mich mal gucken! Äh! Äh! Niko nur ganz kurz zu traden, war! Ja! Players currently not up to trade! Ah, jetzt! Äh! 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 Jawohl! Nice! Nice! Danke! Bye! Have a great time! Boah! Das liegt hier sogar! Äh! Niko? Ja! Klatsch du den mal raus? Ja! Versace on the floor! Dann können wir auch schon wieder, dann können wir auch schon wieder suchen! Gut! Äh! Ich muss nur kurz nebenbei auf die Trading-Seite gehen, also wär nett wenn du sagst, wenn's anfängt! Ja! Ja! Um kurz das Item, was ich vertradet hab, rauszunehmen! Damit nicht irgendjemand seine Zeit waste tut! Als ob es jetzt auch noch irgendein Key ist, was mich verletzt hat, Alter! Jetzt hast du das, was in FIFA am geilsten ist! Weitere in 3, 2, 1, jetzt! Weitere in 3, 2, 1, jetzt! Also das ist so ne Karte mit allen Verletzungen, was 2.000 kostet! Wie starb ich? Oh mein Gott! Okay, bin drin! 3, 2, 1... Ja, alles cool, alles cool! Feuer! Ich mach's direkt nach der Game! Oder... Ja, doch! Uh! A lovely header! Der war schön! Danke! Wenn du in die Mitte bringst, mach ich ihn rein! Okay! Mehr oder weniger Mitte? Ah ne, nicht ganz! Wenn der nicht Mitte war, dann weißt du auch nicht! Schönes Ding! So, ich muss nur die... Was ist das? Der ist ja 3 gewesen dann! Der wäre auch flacher gewesen! Aber... Looper müssen raus! Oh Mann! Alter, ich hab 9.200 Münzen bekommen für den Aufstieg, jawohl, Junge! Better on the floor! Von normal aus ist halt richtig nice! Alter, fuck! Jetzt hab ich ja wieder riese Cash! Neun Verträge sind drin, sagst du? Ja! Und ne Verletzungs-Karte auch! Ja, kauf ich sicherlich nicht! What a safe! Ich spreche lieber ein paar Spiele mit irgendeinem Idiot! Naja, ich bekomme einfach 600! Also kaufst du dir die spezifische, die für diese Verletzung ist, oder? Richtig! Ah, jaaa! Okay, okay! Ich dürfte auch noch ein riese Team haben! Glaube ich! Ich hab grad keinen Bock mehr auf Ibra, das hab ich mir einen Bug gleich hingewort! So eins hab ich noch! Das ist mega nice! I'm on the floor! Yeah! War nix! Wow! Sooo, der war schön vorgelegt! Vorgelegt! Aua! Ich bin unschuldig! Oh! Ich hab keinen Boost bekommen! Ich hab ihn trotzdem gehittet! Ja, ich auch so zu zweit drin! Double-Boost! Double-Jump! Ich kann hier wieder einen Vertrag von meinem Case Manager kaufen! Pfff! Oh, schade! 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 Ist ja mega die geile Kombo gewesen! Geil ist halt echt, es ist halt unmöglich Geld zu machen jetzt, ne? Ja, ist es auch! Weil es halt viel zu wenige spielen! Beziehungsweise keiner mehr tradet! Ne, ne, das heißt... Äh... Ich hab ihn noch nicht! Oh, was ist passiert? Oh, was ist passiert? Hauen ab raus, jetzt! Oh! Das ist ein Nitz! Ja Tim, das ist halt so! Du musst ja quasi... Eine Saison spielen, damit du 10k kriegst! Und eine Saison hat 10 Spiele! Ja! Einen Vertrag gibt's 12 oder so! Ja! Das heißt, du musst jede Saison 12 Verträge flächen! Äh, ja, ne, 11 Verträge, mein ich nicht. Boah, trifft ihn noch! Mit Manager 12! Du kriegst 10.000! Großes ist es auch! Die ist die Grillfuße, oder? Oh, oh! Na, ja? Upsa! Ja, trifft ihn! Es! Es ist ein Schlecht! Dann bin ich nicht mehr rangekommen! Da bin ich hier leider nicht mehr drangekommen! Alle, die hat er den gemacht! Mit dem Auto! Aber der eine, wer hat das nicht gehört! Das ist wieder gekackt, Alter! Oh, fuck! Ich hab' fast vergessen, Alter! Was hast du vergessen? Äh, für den Back of the car, Alter! Ja, komm! Feierfuckstier von zweitem Bildschirm, du Affe, Alter! Jetzt dich mal an die Runge hier! Gern oder sowas! Gib mir denn da ein schönes ein! Levin... Off... Yeeh... EUR tiene VEIGEEN! Da kommt! Levin... Da kommt! gak... Einiges... Back off the car Nico, das klingt jetzt wirklich, ne? Ja, guck, das klingt jetzt wirklich, kriegst du ein Ding in Tims geiles Stream Nico, glaubst du mir nicht? Oh, ich kann gar nicht What is saying? glaubst du mir nicht? Oh nein Hey, was jetzt? Haha Obst du das Living Back of the Car oder nicht? Oh, snap Das ist für dich Okay Hä? 30 seconds left on the clock Ja, nach der Runde kannst du immer gehen Noch Platz? Ja, ein Platz ist noch Ja, auch zwei bei Chaos Wir spielen aber kein Chaos Hallo Chaos ist richtig geil Nein Nein Huh, der war Jawoll Jawoll Was ich dir gesagt war ein TS-Render-Stream-Lead nicht Okay Ich würde sehr froh, dass ich die Chaos-Song-Taste nicht kehre, Alter, ich würde mich richtig hart nerven Äh Sehr froh Äh Cool Cool Alter Mach noch ein Ah Ja Ja Vorlage Ja, TS schick ich dir im Moment Kannst du rausgehen? Mit welchem Count bist du? Ja, oh, ich muss rausgehen Warum? Kommt eins krasser Boy? Ja, Felix Also eins krasser Boy Ja Alter, klasse ein Kamerad von mir Mega sick Okay Ja Äh Äh So, TS-IP kopieren Die Frage ist, ist er schon in-game oder nicht? Äh, ich glaub eher weniger Ähm, ähm, ähm Was ist er denn? Warte, ich muss nochmal weg auf die Kamera Ich find die nicht Ich bin blind Oh, das heißt Ed Ed kannst du auch sagen Äh Nein, du musst mal zuhören Das ist das genauso Felix, falls du noch im Stream bist, schreib mich mal auch Steam an Ich bin grad so dämlich, dich zu finden Ah, da Gut, danke Was heißt Ed? Was heißt off? Add off in out Ist ja schon egal Ist ein riesige geiles FIFA-Lied oder dann ist es fertig Und wir gehen jetzt mal hier in den riesigen Fall Привет Aha Spiel noch starten Äh Ich kann auch heute nicht mehr so lange Ich muss mit Maya Penn gehen, Alter Nichts absolut daran morgen Wann musst du fängen gehen, du machst? Hm, kurz nach 8 gehe ich Ich höre es wahrscheinlich oft an, ja Nun What? Das ist mega früh Ja, man Ich bin absolut down Ja, ich muss noch duschen Und essen Also alles quasi noch Ja Also alles quasi noch Also gehst du dann erst so 21, 30 oder sonst Ja Na dann Ich muss halt 5 aufstehen, das ist ja das Problem Ja gut Ja gut, ich muss halt um 6 erst 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 in Anführungszeichen Also um 6? Ja Also um 6? Muss ich aufstehen Ja Fehlen ich auch 10 Minuten später geh ich Pfff Nochmal einen Walten, bitte Nochmal einen Walten So Yes, man So Hast du ja mitbekommen, dass ich den Centio und den Animus ausprobiert hatte Und ich habe mir jetzt beide ertraden können Nice Ach du hast den Centio jetzt auch? Cool Ja Gute Sache Habt ihr nicht keine Antennen? Weil Antennen auf den Kahn schwul aussehen Kann ich wahr Doch Chris Covenance Das ist ein Rocketeer, jawohl Kann gar nix Der heißt Salty Gleich werde ich Salty, habe ich das Gefühl Starbrettus Hehehe Uh Er hat ja nicht gespinnt, ja? So ein Autisenspinner Rein, juhu Ok Ok, schnell Wie? Hey Ist das Matchmaking oder was? Nö Nö Wollte schon grad sagen Wir spielen nicht auf Platin Hehehe 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 Das tue ich dir jetzt mal nicht an Boah wie ich diese Map hasse Lass die Map hoch Oh, Map ist Beste Nächstes Auf geht's Ey der Ball geht nur in die Mitte in dieser Map Egal wo du ihn schießt Hehehe 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 Natürlich Aber nicht die ganze Zeit Aber nicht die ganze Zeit Das ist aber der Sinn davon wenn du den Ball spielst, dass er in die Mitte kommt Guck dir das an, ne? Schön Danke schön So jetzt kann ich endlich noch eingießen hier Hallo Junge Das pass Eins nicer pass Hehehe 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 Nein nein, ich bin noch nicht fertig mit eingießen Ja, brauchst du um einzugießen, Alter Hehehe Ich muss das Ding erstmal aufdrehen Und so und Let's push Oh, ups, sorry I'll be watching you Hey, ich bin 3 gegen 5, Alter, richtig nice Ja, trotzdem easy win Hehehe Ist halt einfach gar kein Problem Hehehe 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 Dann krieg ich da jetzt auch nicht drauf Ja, ich will Tastatour Kann man Tastatour spielen, Alter Gibt's gar nicht, oder? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich hab's, ich hab's einmal probiert und hab meine Tastatour durch den Raum gefragt War mega geile Aktion Direkt keinen Bock mehr gehabt Hehehe Äh, haben wir jetzt noch Gegner drin? Ah ja, einen, okay Wechsel den gerade die ganze Zeit durch, Alter Kriegst du den? Okay, dann nehm ich Nee, der war zu weit weg an der Wand Cool Oh oh, den musst du aber haben Der war meint Hehehe Keine Ahnung Hehehe Es ist okay Das nehmen wir halt nicht Hehehe Hehehe AHHHHH Jetzt EHHHHH Oh 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 EHHHH Oh 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 ach man ihr da nen knick in der optik gehabt sorry alles gut ist ja vollfrontal reingeheizt kein boost mehr ich hab mich gerade neu ausgerichtet und da war mein boost alle ich hab mich einfach reingeflyt schön vorbeigesegelt nix für das nix oha aus meinem winkel sah es halt so aus als würde er sofort reingehen deswegen hälfte mal er bei uns zu hässlich raus war ja auch so gedacht damit der gegner möglichst nicht drankommt das war so schlecht ungünstig ich meine wenn ich den Ball nicht getroffen habe er warst du ja nicht der einzige der ihn nicht getroffen hat ich hab ihn auch nicht getroffen ich auch nicht was ich bin ja gar nicht aber ich konnte ihn auch nicht treffen war einfach Gruppenzwang aber wenn er nicht treffen darf ich auch nicht treffen cool alles cool alles cool er trifft ihn 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 wer ist da daneben geflyt von euch ich nicht das hat mich mega verwirrt ohne Spaß das war Absicht ich wollte ich wollte ne ich wollte echt bedenken dass er irgendwo hinschießen tut oh das hat mich so mega verwirrt ohne Scheiß ich dachte du knallst mir einfach in die Ecke ja wie ich gestern ne wo du rum und wo du sagst ich bin schuld naja war ja aber so wenn du daneben geflyt bist und ich mich schon darauf vorbereitet hatte dass du den Safe hast dann darfst du dich nicht darauf vorbereiten wie im Straßenverkehr dann musst du auch immer mit der Dummheit andere Leute rechnen huuuu alles klar wuxo oh 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 das ist schlecht ich ramm einfach ein weg egal oh wie ich zweimal richtig hart gerettet hab pfff jetzt komm ich das war mega knapp ah oh rip der kann nix kann er auch nicht oh shit oh oh boah Junge äh äh kein boost ok hab ich das vorlage jetzt muss er kommen jetzt muss er kommen ah kein boost mehr das ist so rift man geblockt er kommt ja er musste früher raus ne auch halt boost ist halt scheiße man ich kann ja nur double jumpen ja genau deswegen musste er früher raus ne einfach wenn du gar keinen boost hast ein bisschen früher rauskommen als sonst jo war so klar dass er den trifft hat jetzt machen wir noch einen rein jetzt nein ja die machen wir noch einen auch gut eh nicht cool aber hast ihn gut gerammt ja schon vorbei top top ah er hat ihn ja auch kein boost wir sollen noch ein bisschen rein ich bin rausgegangen ich Idiot rein doch hin noch ist ok jawoll ja und raus krass kommst du klar? kommst du klar? wir läden den Bild oh 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 nein nico nico was war das denn? ähm wie herzlich der gejumpt ist schau dir einfach rein Alter schau was ich gemacht hab Aber ich hab dir dann zu früh die S-Taste gedrückt Ey, das ist so scheiße Du willst Dappenjumpen gegen den Ball und drückst zu früh S und fährst dich einfach in der Luft, Alter Sollen wir ein Team gründen oder das I-Buypower nennen und dann throw'n? Ah, geil Einfach throw'n und dann Backspin gemacht, oder? Das war so peinlich, dass die Gegner nicht mal mehr gegen uns spielen wollen, ey Echt mal, was soll das? Belastend Ach, zumal Geräusche Geräusche? Indem wir das Fenster öffnen Geräusche? Warten, bis der nächste Mühltrecher oder so vorbeikommt Ja Boah, es geht immer mega ab und schau'n Ja, Mann Es war Zeit, ja Nice Man Warum hol'n Ja, alles safe, Mann Pfff Okay Nehm' ich Loll Habe ich jetzt kein Problem mit Was auch immer Was auch Was auch immer da geschehen ist Aber Ja, ist okay Ich würd' sagen, das passt so Ah, du machst nicht Ah, ich steh' genau unter dem Ball Ich hab' ihn noch mal leicht angezerrt Ja, das war ja auch meine Absicht, dass ich den halt schön mittig bring' Ja, möglicherweise hab' ich nicht damit gerechnet Errahm mich einfach weg Schau's dir an Errahm mich einfach weg Ach, Nico Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Ja, ja Riese-Fro Prost etwa für Skins Jawohl, jetzt aber Pfff Ah, schade Pfff Oh Ah, ne, der war zu schnell Der kann ich nicht dran Ah, Rep Ich brauch' heute Boost Der bin abgebürzt Huah Boah, der war absolut reingegangen ob sie ich bin so schnell jetzt jetzt das konnte ich denn nicht spielen auch noch mal ich muss da ab die Tränen tja lol Ist da jemand in der Mitte? Nein! Oh... Wooh... Wenn du nicht mehr nach hinten holst, holen wir mal einen Bus. Okay. Auch... Ich auch! Oh, wir bauen uns der denn raus! Oh... Woah... Woah... Man, die ist reingefällig, man. Ja, trifft ihn nochmal, man. Tja, Nico, mit Dummers musst du halt rechnen. Reicht los, um den Ball zu treffen. Dann noch irgendwie zu rechnen, wie der bei sonst kommen würde, wäre hässlich. Oh oh. Ja, und selber zurück, sehr schön. Oh 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 oh. Lull. Alles geklärt. Ja. Wo ist der Ball? Ich habe nichts gesehen. Ja, schön. Eine Minute haben wir noch. Für ein Tor oder zwei Tore. Nein. Ja. Jawoll. Hätten fast noch rausgefischt. Ja. Aber noch eins zeigt, oder? Easy. Wir wollen keine Nachspielzeit, oder was? Bist du da? Klar. Aber ich habe keinen Boost, um hinterher zu fliegen. Nice. Oh, jawoll. Ah. Ich habe vorlage. Comeback Israel. Jetzt gehe ich mir Boost absnacken und defende nur noch. Ähm. Alles cool. Oh nein. Not even close. Ähm. Wir machen uns ein bisschen spannend. Ja. Wir machen uns ein bisschen spannend. Ah, nichts spannend. Ja, zu spannend auf jeden Fall. Aber. Hoh. Hörst du. Und Ragequid. Haust rein. Haust rein. Haust rein. Jawoll. Rip. So sieht es aus. Mega Rip. 4,2,50. Ripple. Ja, genau. Was hat der denn für eine Warze da, Alter? Wat? Das ist für eine Karre da, Alter. Die einfach aussieht wie so ein Ball. Die einfach rund ist. Ready? Ja. Das war mal ein nettes Game, würde ich sagen. Hm. Ich hoffe, dass da geht ab, wie du den Ball nicht getroffen hast, bro. Jo. Okay. Passt nicht. Glaube ich aber auch. Egal, was ihr glaubt. Was hat denn der Typ für ein Bild drin, Alter? Aber fuck. Jetzt habe ich so lange auf das Bild gegrafft. Egal, kein Problem. Ja? Ach, schade. Ich gehe noch boost. Lol. Oh, lol. Der Bot ist es. Der Bot ist MVP bei dem. Ich gehe bandit. Ja. Ja. Kein Problem. Glanzparade. Oh mein Gott. Tja. Ich kann halt nur einen ausnehmen. Hätten wir meinen Schuss nicht gebracht, dann wäre es gar kein Problem gewesen. Ja, wenn du mich abschießt, was soll ich machen? Ich habe Riese den MVP ausgenommen. Riese Bandit. Ja, guck mal. Immerhin hat Bandit dann kein Tor gemacht. Oh. Alter, Bandit ist so on fire. Das ist ein Witz. Null Schnitte. Null. Ich hatte keinen Boost. Ja, komm mal. Jetzt haben die nur Legend drin. Jetzt ist es easy. Jetzt haben die Bandit nicht mehr. Wenn Bandit nicht werden, war schon längst ein Tor. Sonst wird eins einstehen wegen Momentum. Ist so. Ja. Kann ja gar nichts, ne? Ich bin auch für, dass wir einfach Rage fütten. Dieses Timing. Einfach ein neues Spiel suchen wir, das. Ja. Erstmal Training machen, was ich noch nie gemacht habe. Ach so, ist das gemeint. All right. Belastend. Wow. So close, Alter. Ach, Mann. Oh. und der typ ist nur so ein abstauber idiot zwei laktore gemacht bis jetzt guck dir an will ich so muss nicht das ganze scheiße und noch einer alles klar und raus so bitte einmal alle nicht reinlacken danke so 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 Ah, haha Ah, das ist danke, neis, neis, gut drauf Ich habe kein Beweis mehr ach nico da wollte ich richtig spitz spielen zu spitz schönes war richtig krasses kann es nicht sein kein boost im tor was Mann Wurksam Los Das ist einfach ein Witz! Können wir dich einfach mal ein normales Spiel spielen? Voll eine Idee, wir machen uns einfach Rumble Richtig ist Wetten Win! Bin ja noch ein Dropshot Nee, nicht Dropshot Dropshot ist absoluter Bullshit Ist das jetzt Rumble? Ja Dropshot Gleich viel legt dir alles um die Ohren, wop wop Wir brauchen mal rein, lachen Ist halt echt so ein Rumble, kannst halt auch mal locken So Ich will erstmal gehen Okay, raus Nein, Spaß Nein, Spaß Noch nicht Noch habe ich Hoffnung, dass ich mein Item lock habe Mal noch? Das war ja wieder ein Witz einfach Pferde rausgepickt Bis Das war der falsche Den mach ich Nicht Äh... Warum trägst du mich denn ab, Mann? Was? Warum du mich abdringst? Weil der Tornado hinter mir war Was machen? Wow Das ist ein Witz, das ist einfach ein Scheißwitz Ich kann nur so reinlocken Kann nur so reinlocken Jaaaa Knapp Ah, knapp Ah, knapp, ey Dankeschön Sorry Oh, oh Ach, come on Ach, come on Nein Nein, warum auch Morgen Ah Brauch nicht mal Items Jetzt holen wir das noch Jetzt holen wir das noch Ähm Wer hat da gefreezt? Ich Okay Oh, ja, ey Hau halt raus Jaaaa Jaaaa Ey, ey, Mann, na, koi Nicht der, ey, jetzt Nur wenn ich teilst den letzten Torwart, da bin ich da gut Er ficht ihn raus Ja, er skillt ihn raus Mit nem Haken Ja, wir machen halt einfach mal so Huiiii Oh Lul Oder war lucky Ach, nööö Hau nur weg Hab ich schon Oh, ne Ich stay john Jetzt weg und hotzt Ich hab den Kuid Ich hab den Tür ...one Waa Ja, er lockt rein Soll ich den Locken hab ich noch nie gesehen, ey Ich dachte, kein Boost mehr, aber das ist okay, ja du ja Erst mal kurz rausgetappt aufs Rage Haha Es ist doch einfach ein Witz, das ist das Ich habe die Faust Was sind das eigentlich für Lacken, Alter? Ja Ja, ja Alles klar Machen wir das Gut Vorstell und dann ist das einfach richtig skittig, ne? Ja Alles klar Ja, mach ihn Ich habe ihn ein bisschen behotzt Hat es glaube ich ein bisschen gebracht So Auch mal mein Item eingesetzt Hätte ich zwar nicht machen müssen, aber Warum nicht, ne? Ja, es war die Faxheit Ist echt so Alles klar Verpasst euch jetzt allemal Wiedersehen Wiedersehen Ah, er kommt nochmal dran Sorry Sorry Ja Ja Ja, Mann, Alter Schade Schade Jo Schön gesaved Schön gesaved Schön gesaved Schön gesaved Nee, nee Ich kotze ins Eck Ich kotze ins Eck Ich kotze ins Eck Ich kotze ins Eck Alles klar RENN Hehehe Und 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 ich dies Will nicht machen Das ist Steffen Dachbar Steffen, ja Nur eins Eins mach ich noch mit Ne, der ist vorhin 18 Uhr ist der disconnected Der ist safe wieder fahren Farmen Faaaren Drei Okay 250 km Jetzt, jetzt machen wir weg Drei Nee Wenn ich jetzt wieder so Pech habe, dann lasse ich aus, ey Pich 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 Das Gegenteil von Lark Warte Nein Geh weg Nein Was ist so Ey, ich gammel hier nur am Boden rum, ohne Boost Ah, 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 ah So Äh, ja Nico Danke Gut, ne Für Singles Oh Schön abgehört Alles safe Alles safe Alles safe? Komm mal so Der geht Nicht Nichts What a play If the ball No Nein Guck mal da ist Wer oder Du kannst sie nicht treffen Alles wegrauben Was läuft hier schief? Drückt das Alter, was läuft hier schief? Geh ich es? Guck schon Ja, so ein Doppeltona Guter mach ich auch mit Ich hab ein Schuh Der ist weg Alter 3 GG Haha Ach komm Das ist so ein Witz Witziger Bär, Alter Bär 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 Skrrr So Ja Glaube ich auch Oh Oh ja Upsi Jo 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 Wie gehts, Glitz? Gut Okay, 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 okay Kfixis, au Oh neeee Morgen also ich weil jetzt weg ist doch ein scherz ist das doch aber es ist aber auch ja alle wurde ich habe den grad geschwäßt das war ungünstig ich habe mit ja das ist nicht ja schön gepämpelt Oh, schade. Jetzt der Booster hat mir zu lange. Tricks, alle aus? Dabei war es viel zu schnell. Tricks, der portet? Huh, der war gut, der port! Ja, aber der hätte es uns ansagen müssen. Vorher ansagen müssen. Can I see it from you? Mist. Schock me. Hey. Hey, geht doch aufs Tor. If I to catch Pants. Jaaaa. I trapped Travengers. Der Bär ist es aber auch, oder? Das ist schlecht. Ist so, man. Let me. Hey. Ja, Tim, wie wärst du da reinbeleidigen, Tim? Warum nicht? Gut. Ja, egal ob du bebeleidigst. Meint ja jetzt ich. Ja. Guck mal, jetzt geht's los. Ja, ne. Nein. Nein. Ich hab grad keinen Bock auf meinen 24 Stunden, Mann. Ja, das kommt nicht mehr. Du kriegst, glaub ich, Safecall irgendwie länger nach dem ersten Gun. Ja, genau. Hey, yo, Schock. G, G, kein Bock mehr. Ist aber auch lächerlich. Genau in dem Moment. Hören die Spikes auf und der Ball buggt sich an jedem vorbei. Nice. Sorry. Oh, jetzt war ich auch mal ein Mega-Pro-Player. Oh, halte Farge. Oh, halte Farge. Oh, halte Farge. Oh, so schwer, ey, moah. Nice. Krasser Scheiße, jetzt war das schwerste Goal ever. Ich war das schwerste Tor, weil ich es jemals geschossen habe. Hey, fuck. So mega schwer war das. Erste gute Lied, was ich jetzt seit um 7 in der Höhe. Ja. Witzig geile Feels. Ach das, ja, das kenn ich auch. Jo. Das ist einfach ein Witz. Ein Witz ist das. Guck's dir an. Ist okay. Das kann doch gar nicht wahr, Steiner, ey. Das kann doch gar nicht wahr, Steiner, ey. Das kann doch gar nicht wahr, Steiner, ey. Ich muss ja auch nichts mehr gebacken, Alter. Nach der Runde ist für mich auch frei. Porten, egal mit wem. Porten. Ich bin durch den Ball durchgefahren. Feinlich. Und... reicht's mir... ... 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 naja die zwei tage juckt eh nicht finde ich aber auch gut dann ist jedes schuljahr gleich lang wenn du einmal früher und einmal spät hast dann ist es ein bisschen muss weil dann ist ein schuljahr richtig lang und eins richtig kurz das ist richtig kurz aber als 50 wochen das stimmt allerdings hält mir doch nicht jeden boost weg oder Upsi Loll Schöner Play Loll Ja Wuh Wuh Ah, der war nicht so geil Ja, ich sag, er läuft nicht mehr Also, ich treff noch War aber auch schön Das Geschehen Vorgelegt Das auch Da kommt Wooster Ja Endlich Nice Ich hoffe, damit ist der Fluch jetzt gebrochen Wäre ganz nett Oh Das war jetzt so ungünstig Okay, gut Oh Ich mein Das wollte ich jetzt nicht, ne Also, sorry Oh ja Ja Oh ja Oh ja er trifft ihn mit dem hack alter was ist ein hacker mit dem hack trifft er es hacker ja und dann eher dran becker ist das verhäcker jetzt jump von der ballen weg läuft doch jetzt wieder einigermaßen also geht besser was ist eigentlich für eine bande hier alter eine weltraumige ich hätte ja mal instant wieder bock ja ja ich habe ja so kein problem das muss Das war's. Deiner? Er kommt dazwischen, ey. Mittell? So. Er war schön. Danke. Okay. Extra schön noch ein bisschen nach unten gespielt, so. Damit auch ich ja treffe. Ich dachte mir so, okay, wenn ich den jetzt so classic über der Latte spiele, dann wäre das nix. Oh oh. Darf ich mich verschätzen? Da hast du riesige Morgs. Alter, fagig. Ja, das war diese Helfer-Dinges, oder? Ja. Gucken wir uns nochmal an. Komm. Soltergatz. Okay, doch nicht. Ach, wenn du schon drauf drückst? Ja, ich dachte, du hast vielleicht noch nicht gedrückt, oder? Aber. Ey, Mann. Jetzt geht wieder Luck League los, ey. Luck League! Ich hab ja keinen Boost gehabt, dann hab ich ja einfach reingedampft. Da war sie wieder. Mega geil. 25 Keys, glaub ich. Quasi quasi nix. Also quasi 25 Euro. Kein Boost? Jo. Kein Boost? Ja. Kein Boost, ist natürlich blöd. Ja, hab ich auch so nicht gekriegt, Alter. Der G-W ist in der Mittellinie, Alter. In der Mittellinie. Ich hör für nochmal, äh, hier, diese Helfer sehen. Boah, so geil. So, so geil. Bis zum Hammer des Tot-Ding sehen. Ja, warum nicht? Moment, wer war das? Bart. Okay, Lazy Duck darf niemals treffen. Ja, der ehrlich ist nie, was da war. Lazy Duck bereit ist. Jawohl. 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 Jawohl! Jawohl! Jawohl, Warsbachrabler. The Hor opinion. G Be ? Gny? Hey, dank das is. Ich weissw joyful hier. Ja, heißt es nie. Seat am Rathon. Was in es noch für den Medicare cauce hat. Ich will el human. Ich will schon haben soll, sodass es immer was passt. So geil. Es bleibt positiv,! Ja, das ist ja richtig, gebe ich ja zu, aber... Ja, deswegen, um Flame oder sonst irgendeinem Scheiß aus dem Weg zu gehen, verdeckt man das. Das ist der einzige Grund. Zumindest für mich ist das der Grund. Ja, kurz reingeskillt, kein Problem. Der war aber auch riesigeil. Der darf! Jawohl! Der darf! Tor! War ein riese Tor! Ja, guck mal, was der für'n Case Wagon hat. Der hat sich einfach nur Hellfire geholt und hat sonst gar nichts. Ja, das ist ja gut. Das ist für'n Idiot, ey. Der hat aus einer Kiste rausgeholt. Oder er hat eine Kiste geöffnet und hat Hellfire bekommen. Ja, jetzt machen wir das nach. Die ziehen wir nach. Gar kein Ding. Das wär auch ein sickes Comeback, so. Kurz ein bisschen die Goal Explosion enjoyed und dann abgezogen, ey. Das wär's doch. Da haben wir grad schon gegen die gewonnen. Ja, ja, eben. Ja, ja, eben. Also gehen tue das schon. Das geht sogar easy. Da war ja grad gar kein Problem gegen sie zu gewinnen. Da war ja grad gar kein Problem gegen sie zu gewinnen. Aber ein bisschen zu hoch. Ja, jetzt wehren die sich halt ein bisschen. Halt öde. Ich versuch den irgendwie mit dich zu bringen, wenn ich kann. Warte. Äh, klaut mir den Boost. Jetzt kann ich nicht mehr mit dich bringen. Niko? Sorry. Wenn der Bus ausgeht. Er darf. Er hätte niemals drin sein dürfen. Aber ist ja auch egal. Mikrofon muted. Da. Es geht doch. Ja. Da. 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 Ich musste mich nur kurz muten Ah, noch richtig geil einen eingenetzt, ey, konnte alles Das ist der nächste Spiel, spielen wir real und dann machen wir die weg Oh, Ragequid, wie er im Stream war und jetzt gehört hat, dass er aufs Maul kriegt, wenn es geht Hat allein der Bard alle Kirchen gemacht, ja wohl Ja Richtiger Lazy Duck Ja, der hat halt keine Goal Explosion Deswegen hat er auch keine gemacht Die Goal Explosion gibt einem extra Präzision Hm? Und extra Schusskraft Ja, man soll ja auch was kriegen für sein Geld Ja Ja Der Boost So, die Geschmackste Fuchs hinter Nummer 2 Beide vor das Torloch und dann rein Ja Macht ja auch Sinn, das so zu tun In der Tat Wie kannst du ihn jetzt? Ja, dann nochmal bekommen Ja, dann nochmal bekommen und ich mein freund so pick that's er war schön die kammer klatschen Warum da hin? Wir lassen mal gute Musik, ja? Ja, bei mir kommt gar keine. Das ist Lane. Ja, sonst kann ich halt nicht auf YouTube hochladen, leider. Machst du nix? Ja, was anderes wollen die machen? Du hättest den Ball treffen können. Bitte? Du hättest den Ball treffen können, so wie ich nicht. Ja, ihr habt ihn doch getroffen. Ja, besser getroffen. Ausreichend. Reichend. Achtock... Chill. Oh, ich wurde weggerannt. Wie geht's doch. Wegen этих Tor? Den schnöcke ich mir ab, ne? Oh, ich kann es doch nicht. Na ja In der Mitte? Okay, halt nicht Wupsi Einwechsel Oh Nein! Wie knapp der war Oh Ach so, er fängt halt Maaan Dieser Moment, wenn der Gegner geistig behindert ist und sich deswegen outplayt Nee, die haben wir wieder runter, Junge Ja 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 Schön, jetzt nur noch Mitte Ja Sexuell Ja 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 Da dachte ich, ich kann auch ein Minibus auch sammeln, bevor es soweit ist, aber Ja 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 Ja, das fand ich so geil Ja 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 Alter, f**k In diesem Moment findest du so langsam und sicher in deine Richtung ziehst du So, ruckel, ruckel Hast du den? Nee, ich kann's nicht mehr, nein Alter, ich fahre ja im Turbo rum, Alter Oh, nein, hat er gut genommen Er trifft ihn und er unterbloggt mich, alles Dafür irgendwas reinzumammen, fertig Ich kann's aber nicht mehr, was das ist einfach in dieser Richtung Die Sorte, er sich macht noch nicht gern, aber ich kann sagen Ich kann das nicht mehr damit gehen Ich kann das nicht mehr in die Richtung Um, das ist es nicht besser, weil ich nicht beide Ich kann das nicht schief, wenn ich den Namen wieder Ich kann das nicht mehr so nicht mehr in den Merzen Der macht dich wie es nicht mehr, wenn ich daω nicht Einfach raus, das Ding Ja, siehste, läuft doch wieder Was war Miroslav, also Sieg ist Sieg? Oh, ich denk mal mein Handy immer Ah, jetzt kann natürlich wer hier rein Sonst hat sich dein Handy gerade gemeldet, dass es leer gehen will? Ne, ich hab mir extra ein Backgeschirr, weil ich das einfach vergessen Dann, so wie ich gerade so fängt, denk ich mir, oh, ich muss an mein Handy bauen Darum, habe ich sie auch ein bisschen früher gestellt Ich bin nämlich nach dem Game dran, ich werde es eh vergessen Nein Jetzt Schade, ich wollte den riesen Safe holen Oh, ich hätte weggerannt Was für Safe, ich wollte den Sick machen Nicht Safe Du wolltest ihn auf jeden Fall Safe machen Hab ich's gesehen Du wolltest nicht wie irgendwie reinjumpen, ja Ja, ich wollte den Sick machen, ja Kann ich ja nichts fehlen Muss man ja auch irgendwann mal tryen Geht'n LOL, der hat mir den Buks gekauft, hab ich gar nicht gerafft Ja, da kommt der auch Der ist vom Buks, also Du meinst, der kommt aus Polen Weiß nicht Geht'n Ah. Ah. Yeah. Oh. 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 Oh 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 oh! Ich habe 0 Boots, jetzt habe ich 100. Jetzt habe ich 0 gerechnet, dass der Unterkant der Latte geht. Ich war ein bisschen im Kreis. Okay. Oh, war gar nicht schlecht. Das war die Leichen. Let's not talk too much. We have one more voice and put that body on me. Jetzt wird's ein kleine Küche, 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 Küche. Halt, hat er gemurkst! Hat er genauso gemurkst wie ich gerade hier. Wir haben... Body. Hohohoho. Mit so einem Skillshot habe ich wieder alles gut gemacht. Mit so einem Sinn. Ich kann das. Love your body. What a safe bled. Cool. Du hast einmal geboxt. LOL. Ich bin weggeräumt. Nice. Du, ich habe vorhin auch weggeräumt. Jawoll. Tschüss. Siiick. Die sind halt sogar Pre-Mates. Pre-Mates. Pre-M8s. Oha. Oh. Ach komm, ich habe extra nochmal drauf gehauen. So unfair. Ah, das ist gut. Der hat die Tor-Explosion die ich für Team Blau brauche. Sub Zero. jawohl schön dazwischen das ist jetzt ganz schlecht es ist ein riesengrocks mox 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 so ein riesen moxer schön war die ganze Zeit ohne Boost vielleicht hab ich den drüber gehauen ja, nass Alter, was ist ein Spannschuss, Junge? oh ja aah ein bisschen zu viel Boost gegeben lule luuuuaau ach, Mist, dann fällt er da so dämlich ab und hier stehen panisch ja, da war... war echt zu schnell war steiler, konnten die nicht gehen warum haust du so dämlich in die Mitte? wie soll ich sonst spielen wenn ich von da komme? ja einfach langsam mitnehmen an der wand das wäre lehm das wäre skill das wäre lehm ich habe kein boost das ist so witzig ist das spiel nächstes spiel überhaupt noch live klar kein öde schien sondern magi ohne boost und bis 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 Okay. Ach, komm ey. Dump forever. Weißt du, was ich vergessen habe? Was denn? Dein Handy anzuschließen? Ja. Ja, ist nach dem Game. Mal gucken, ob sich einer von Australien erhält. Warum? Ich hab ihn da. Alles cool. Dann frei. Wopo. Jawoll, einfach beide draufjumpen. Ja, jetzt hab ich keinen Boost mehr gehabt. Gigi. Alles easy. Oh, snap. Der dribbelt jetzt, pass auf. Ja, der kann halt gar nichts. Der dribbelt sich hier selber aus. Ja, eben. Jawoll. Das war eben Rocket hier ausgenommen, ey. Ja, alles. Und ich selbst. Nice. Alter Junge. Ich wurde geedit auf Steam. Wahrscheinlich jemand, der traden will. Wop. Wop. Von A ist 1k vielleicht. Ne. Moxet. Aua. Warum sag ich Aua? Der macht gar keinen Sinn. Wop. 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 Da wollte ich reinpredicken. Der war als Assozial. Der war als Assozial. Oha. Oha. Wer den gespielt hat, richtig gut. Oha. Wer den gespielt hat, richtig gut. Der ist doch kurz aufs Profi gaffeln. Schon mal dabei sein. Wir fahren. Pfff. Upsi. Das war jetzt nicht so gut. Das war jetzt nicht so gut. Warum du das Lieblingslied? Und ja. Richtig, Nico? Bitte? Despacito? Jaja. Jawohl. Aber die englische Version. Logischerweise bei US-Ger. Wat? Was gibt davon andere Versionen? Ja, die englische. Kein Spanisch oder was ist. Sondern Englisch. Das ist ja Käse, ey. Kann ja bestimmt gar nichts. Ja. Ja. Verstehst du aber was? Lieder sind immer gay, wenn man die in irgendwelche Sprachen übersetzt. Find ich. Mhm. Hauptsache, der ist auf Freis, aber sonst nur auf Spanisch. Ja eben. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Ah. Fack. Uns, uns günstig. Oder, oder, oder. Despacito. What the fuck happened? Ja. Weil die seine Stimme ist auf Englisch richtig gay, Alter. Und das singt Despacito auf Englisch. Ach, komm. Wie ich noch dran war. Lack da 7, Alter. Ups. Du guckst sie an. Ist zwar schon längst eine Minute um, aber... Suppe? Boah, jetzt hab ich Hunger. Was ist Suppe denn für ein englisches Wort, ey? Ne, das ist ein Spanisches Wort. Ja, wow. Boah, sogar keine englische Version machen, wenn der Hefte in Spanisch singt. Ja, ja. Was ist das Problem? Riesmox! Boah! Jetzt sing jetzt. Was tust du denn? Oh scheiße, mein Controller hat's zerfickt. Hat man das gehört? Ich vermute mal, man hat das ein bisschen gehört. Vielleicht? Mein Controller, da ist jetzt eine kleine Plastik-Ecke rausgebrochen. Ja. Ja. Jetzt gehen wir erstmal raus. Tschüss, ihr Wixxer! Burrito? Ja. Burritos sind richtig lecker. Glaube ich. Weiß ich nicht. Noch nie gekippt. Boah, der wäre jetzt dreiviertel von dir. Ist wirklich Spanisch immer noch. Was ist denn du Käsefoder, ey? Ich muss mein Handy anstecken. Baaah, der ist eh lohnt. Nico, du musst noch dein Handy anstecken. Vollhalten. Ja. Ja, du bist. Ja, du bist. Ja, du bist. Ja, du bist. Du bist. Ja, du bist. Ja, du bist. Ja, du bist. Nein, nein, halt! Stopp! Ja! Ich muss auf den Idiot warten, hier. Warte mal. So, erstmal ein Nickname Trader geben Er meinte eine Minute, das hat er vor 5 Minuten gesagt Belastend Bin ich ja mal gespannt, was der traden will Was für ein Nickname Trader Ich mach jetzt Steam-Benachrichtigungen kurz auf, wird angezeigt So, geh' ihm Hey Mike Nico? Kannst suchen! Ich hab jetzt einfach Steam-Benachrichtigungen angemacht Das heißt, wenn der Trailer mich jetzt anschreibt, seh' ich das Ich mach' die aber gleich wieder aus Ja, wir können jetzt nicht hier einfach 10 Minuten rumgammeln Können wir nicht bringen So Ass-Energy, jawohl ey Oh Da hat das Innenleben von meinem Controller kurz sich neu ausgerichtet Das Innenleben? Kann ich vielleicht mitspielen? Ja Können Weiß nicht, ob du das kannst, aber dürfen ja Ja Kein boost, alt bist du zu Ohhhh Never lucky Einfach einmal Ausrufezeichen Steam in den Chat, dann siehst du meinen Steam-Profil-Link und dann kannst du mich adden Oh Weil es gut war Ich habe dich Ich habe dich Den Den hab' ich Hiiii Vielen Dank für deinen Follow Aua Geh hier Wir spielen den Spiel nicht für dich Der war gut Hat er aber schade schade gut ich nehme dich dann nach dem spiel an ja 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 könnte ich ja jetzt schnell machen wait one minute hat er geschrieben und also ich habe nichts bekommen ich habe keine freundschaftsaufragen bekommen wie du gerade siehst ah jetzt jetzt habe ich das wird nix lol ich konnte einfach gar nichts mehr machen dass ich einfach so ausgenockt ich habe ballkamera das muss ich mir einfach angucken ja ich hatte ballkamera ich mache sowas sehr sehr selten ja heute mindestens dreimal dreimal an dem ganzen tag du machst du hast du hast dreimal in der minute machst du das so ich muss jetzt erst mal ein nickname vergeben weil sonst komme ich gar nicht mehr klar weil jeder jeder der keinen nickname hat rast sich immer richtig aus überlegt wer das ist löschen blockieren missbrauch melden ja missbrauch melden hat keinen nickname es ist ganz einfach aus dem grund weil es leute gibt die irgendwie meinen alle fünf minuten ihren steam namen ändern zu müssen oder hast du halt keine ahnung wer das ist ja ne äh 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 gib ihm mir ja 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 ist der bus noch da ne natürlich nicht ja ja ich wollte gerade sagen der kommt gut aber doch nicht ups hau drauf hab ich nein nein doch ach hey soll denn das ohne bus er haben mich aber ich kriege ihn trotzdem kein bus ich habe immer noch kein bus ja das ist jetzt gehe ich auch nicht mehr hau raus schade er hat ihn fast noch raus gehauen ja fast zählt nicht junge was ist mit dem falsch hi wait one minute hat er geschrieben vor zwölf minuten vielleicht hundert minuten ja immer ne 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 er kann mir auch nicht erzählen dass er gerade zwölf minuten overtime hat das war witzes das oder elf minuten halt jetzt oh oh ah ne so nicht ach ach man oh da noch ja 24 minuten overtime ist krass aber meistens hat man so oder drei minuten ist schon lang sagen wir es mal so ja drei minuten ist schon immer krass ja wahrscheinlich kein bus auch kein bus mitte ja bin zu weit weg er mugs ist oder eh schon gg gg war schon ja also jup ja ja ich ich hasse sowas wenn jemand sagt eine minute oder sonst sagt was verstehe ich nicht mehr du kreist was du hast voll dein mikrofon gepustet alles verstehe ich nicht mehr du hast dein mikro gepustet du profi ja ich danach wie du danach dann bin ich mit meinem finger gegen mein mikro gekommen kann sein grad mega facepalm gemacht wegen dem sorry so ein wichser so unnötig so ein bob so ein bob bist du ja 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 du klingelst gleich noch mal wo ist er denn jetzt jetzt finde ich ihn nicht hast du dich gerade umbenannt ja das geht ja gar nicht machen wir noch einmal ein zwei sekunden auch noch ja das war nicht ich dachte jetzt du hast dich aufs troll umbenannt in der zeit das wäre eine richtig miese aktion gewesen weißt du aber was soll ich nicht umbenannt wo bist du denn jetzt hin musst du jetzt neu starten warum hast du grad schon gesagt einfach so tja haha haha ich schwörs dir troll mich doch nicht ich schwörs dir troll mich doch nicht äh belastend warum lädst du denn ein ich hab die lobby jetzt auf das glaube ich einfach glaube ich schon ich bin mein neviger Das ist ja mega geil Jetzt rutscht der wieder an, also Wusste ich ja gar nicht, dass die dann auch in den verschiedenen Farben das Feuer speien Kommt der nicht der ist, oder was? Oh, ja, hätte ich vielleicht mal fragen können Ja Ich bin Pro Tor, Tor Also ich war halt froh, dass ich mir die Dracos überhaupt so leisten konnte Und erstmal, ja, Lila, die ist das hier Feierabend, erzähl den geklingelt Aus reinem Interesse Ja, jetzt geh, sag Aus reinem Interesse, wie viel sind die denn in diesem In dieser Oh, Nico Jetzt block ihn doch einfach für ein paar Minuten Das ist gut Wie kann es denn trotzdem klingeln? Ja, ich weiß nicht Wie viel sind denn die Dracos in Lila wert? Gasport In Nürnberg Was, in Nürnberg? Ja, kennst du das nicht? Von YouTube-Kacke Oh, der war nass Jetzt, jetzt legt es nicht mehr Dann hab ich das, das hab ich mit Steffen geschaut Jetzt legt es nicht mehr Die sind bestimmt mega viel wert empainted Könnte ich mir zumindest gut vorstellen So über-sick wie die sind So über-sick wie die sind Das find ich ja jetzt leicht unterhaltsam Was da grad geschehen ist Bitte? Das find ich ja jetzt leicht unterhaltsam Was da grad passiert ist Du bist ja einfach reingejumpen Und dann bin ich gestört, oder was? Ja Ja Ja, das ist ja auch so lustig Einfach zu sehen, wie du in der Klein-Rauchwolke aufgehst, ey Ich hab aber den Gegner reingehauen in dem Ball Richtiger Bandenspieler, wie heißt das? Ja, Bandenschuss Hab ich ja gestern auch gemacht Bitte, bitte, bitte Ich hab die ausgenommen wie ne Weihnachtsgranz, aber War keiner mehr in der Mitte UL L UL Holy shit Aua, aua Aua Was tut ihr? Arbeiten Wow Was tust du? Hä? Ja, wenn niemand von euch rangeht, dann könnte man nur wieder Was, wenn niemand von euch rangeht? Guck, wie ich weggerapf... Ja, ja... Ja, ja, muss drum, ja, kann ich auch nix machen Hahahaha Alter, da muss ich ja beide spielen Das ist dein Mongo, ey, ohne Scheiß Skidcat, ey What? Der mit seinem schwulen Merc da, ey Merc ist doch nass Sein Pedobus Sein Pedobus Ja, richtig gater Pedobus Ist das Hahahaha 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 Oh, oh Ja Ach, leg mich doch einmal, weißt Der So Hau 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 Ja 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 Nett Oh, Hellfire, tolle Explosion auch noch Ja, warst du denn? Wab hast du alles, was ich will Hahahaha Witz Kein Problem Ja Ach, Niko, warum blockst du den denn? Waaah Ja, verdient? Ne, nix, sorry, verdient war das Vergiss nicht Vergiss nicht, sagst du den Short Card verdient gibts auch? Ja, das war jetzt auch verdient Hahahaha 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 Oh, der Merc hat nen gemacht, der Pedobus Hahahaha Hahahaha Ja, guck dir den doch an Hahahaha 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 HErwann a refill zu weit Hahahaha Hrahahaha Hiniiii Hahahaha Verweigst du so volle Brude dazu davor Und ... er bewegt sich einfach nur so n paar Millimeter Hielo Gebrauch Ich war's NICE Irgendwann werde ich genobbt Jetzt geh doch weg du scheiß Pedobus Meine Fritze Das war Boops Warte, wir haben jetzt Boost Boost Alter, Jugo hat's nicht mehr weggedient Er verdient Weg die so Alter Niko Der Pedobus hat mich schon wieder gerammt Das ist so unfair Jetzt leg es Jawoll Nice Haba Oh 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 Pedobus Oh, der war nice Eins Nicer save Äh, eins nicht so nicer Schuss Beziehungsweise eins Boah Ich hab dich mal benutzt kurz Jaja Bist dir eh schon gewöhnt, sagst du Boah Jetzt leg es Ja, oh ne Alter, der f***t sich jetzt Alter, meine Ja Jetzt mach dann rein Jetzt Mein rechter Trigger fühlt sich irgendwie voll komisch an Auf einmal Weiß nicht warum Ich weiß auch nicht Äh Und es ist zwar auch nicht rechts, sondern links Weil es die Bremse ist, die sich komisch anfühlt Aber Kopf hoch Kopf hoch Pedobus 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 Hab ich gesagt Pedobus Was für Pedobus Das hab ich verstanden Pedobus Hör tatsächlich was denn da was Ja Ja Hab ich Hab ich Hab ich Hab ich Ja, ja, block ihn Ja Hab ich aber Ja 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 Huiii Ja Hab ich echt richtig geil geblockt Ja Voll Verdient Neues Emote Verdient Und der CS oder nicht? Counter-Track Und halt Warum denn CS? Möchtest du denn Teams bekommen? Falls du den Stream überhaupt noch auf laut hast Auf laut? Auf laut Gut Das was nicht lautlos ist Das was nicht lautlos ist Macht Sinn, ne? Nein Ich werte das mal... nein Hör 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 Kein Bock mehr Was hast du denn, auch so einladen der Scheme hat mir immer nicht geantwortet Der ist eingegangen IDEAK Wahrscheinlich, ne? Ähm, wo ist er denn? du 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 auf aua Ah, Riesemorxer Jetzt machen Ah, geht gar nicht Den hab ich, den hab ich Ah, er war über mich Der kann mich noch reingeflyt Der will jetzt einfach alleine ausmachen Reinflyt Ich geb ihn Woopsie Brrmbrrm Brrmbrrm Haua Haua hauaha Wer ist einer afk? Ich hab ihn einfach nur reingejumpt, ja Wer ist afk? The mate Ja, der kommt gerade erst Okay Ich hab ihn einfach reingeflyt Also ja Hallo Hallo Kannst du mir eine Kannst du mir eine Kannst du mir mal bitte eine Frage beantworten? Ja Warum hast du jedes Item, was ich gern hätte? Keine Ahnung Was soll das? Ja Das mit den Dracos wusste ich echt noch nicht Ich hab die noch nie in Painted gesehen Die sind ja mega krass Ja Ich dachte mir so Ich dachte mir so die normalen so Ja okay, ein Key Ja, das kann ich mir grad so leisten Ja die sind irgendwie 80 wert oder so die ich hab Alles klar Und dann gibt's noch die Titanweißen Sind ja auch noch LOL All the fuck War noch mal etwas wert War wär das geil gewesen War noch ne Gestell, oder? War rein Jetzt klingelt's Die Hellfire Show Explosion ist doch geil Was für ein Ding? Rotation Gesundheit Das heißt 2, 1, 2, 7 Wisst ihr was ich meine? Ja der würde ich jetzt sagen Ja Was Rotation an sich bedeutet ja Aber wie man das jetzt umsetzt Nein Soll ja durch nur 120 Stunden oder so Ja das ist dein Ich hab 700 Aber das einzige was ich mache Ist einfach so Behindert in der Gegend rumfahren Ohne Plan Jetzt mach ihn rein Oh Ich spiel auch meistens nur du Daher Ja ich spiel auch meistens Ich spiel meistens dreien Ja Das ist halt was komplett anderes Ja Guck nicht alle 3 drauf liegen Guck dir das an Alle 3 drauf Jumpen ist aber geil Das ist easy Warte wenn man 5 Uhr hinlegt Dann chuckt mich da doch nicht weg Ich mag die Map eh nicht alter Gott sei Dank wird dir jetzt im nächsten Patch geändert alter Ja Ja dieses hässlige Oktagon ey Welche Map mich extremst abgefuckt hat war die alte Neo Tokyo Wo dieses Podest war Wo dieses Podest war Boah Die hat mich Die hat mich soo unglaublich ab Die hat mich soo unglaublich ab Die hat mich soo unglaublich ab Dann kann man rausgehen wenn neue Spiele oben kommen Also Neo Tokyo und die alte die will ich unbedingt wieder haben Ich fand die so geil Mich hat ja einfach nur genervt Ich fand diese Art Basemap jetzt hier finde ich scheiße und die Borderlands oder wie die heißt da oder Wasteland Ja aber ich hab das Spiel auf Englisch deshalb heißt das bei mir alles so Ich auch Hm Ja ist das ein zuerst Gen Ja AK oder Glock AK und Glock Gibt's für beide Ja meine ich ja Woll ich ein Rank 8 Lancer? Ich bin Platin 3 Ok läuft ja Und Niko spielt nicht so oft Ranked Ich bin nur Einzelstandard Dann mach ich meistens nur Murks Dann reg ich sie immer alle auf Dann hab ich Spass So Toxic Boys Von und auf Silber wo ich umgammel da geht's richtig los Ja Wie gesagt wenn ich spiel dann Bin ich meistens soo Platin bis Diamant 1 so Ja Ein schönes Header Nur in den Regionen wo ich spiele ich glaub da hättet ihr null Chance Cool Wie spielst du denn da hast oder? Ich hab 2600 Ja dann Ich hab 120 oder was Ja dann Also check mich jetzt Ich hab erst auf der PS4 angefangen zu spielen und dann halt auf Steam gewechselt Also spielst du nur Rocket League oder wie? Fast nur Ich hab mal ne Zeit lang fast nur Carder Strike gespielt Dann werd ich weggerahmt Dann werd ich weggerahmt Ich wirks halt immer durch Ich kann ein Spiel nicht ewig spielen Ewig Ja klar aber es gibt dann halt immer ein Spiel was du so am Tag trotzdem am meisten spielst Ja aber nicht 10 Stunden oder so Nee ich auch nicht Und vor allem nicht einen Monat oder noch länger lang Noch länger lang ey Aber Rocket League spiel ich schon so 4 Stunden am Tag mindestens Ja bockt halt Wie länger bin ich gar nicht eine halbe Zeit sind so Ja wobei kommt auch an Nein Fuck this shit Wollt ihr mich jetzt wissen oder was? Wollt ihr denn einfach liegen das? Nein ich hab den Flick verkackt Jaaaa Outplayed Ein 180 Grad Flick Engal wenn ich dir jetzt sage hier Crossball und so das weißt du eh noch nicht was das ist Ich hab 700 Stunden weil es auch gar nix im Endeffekt Immer noch mal ne Glanzparade geht Weißt du denn was mit Backport gemeint ist? Nee Echt nicht? Nee Wie gesagt ich spiel seit 700 Stunden einfach nur so just for the lols immer mal wieder Immer Wenn ich jetzt zum Beispiel fliege hinter dir und du den Ball nicht richtig bekommst Kann ich sagen ich mache mit Backport das heißt ich spiel etwas höher übers Tor Bis halt dann vom Tor wieder abprallt für dich dann Okay Damit Leute hoch fliegen als Keeper sag ich mal oder dass der Keeper hoch fliegt Und den Ball aber nicht bekommt aber das trotzdem dann verkackt So zum Beispiel wie jetzt mit Backport Könntest du hinterher fliegen oder In den Torwart faken sag ich mal und dann Geht's ab Ist immer los Jawohl Und bist wieder voll gefahren Ja Auf Trick Ah Ah Oh nicht mich selber ab Yo Wo Ja Oh Jawohl Ich fiel das über die ganzen Welt Nein Oh lass ihn doch durch Oh die hast du Ja Niko statterte der Bitter war halt mega geil dann habe ich geworfen wir haben gefährlich open open goal Ich hab's schon mal gesehen, wir haben den noch einen Traum pass, ne, und er verkackt Boah, dann kommen alle da hin und halten ihn, oder was? Ah, ha, 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 ha! Junge, Mann, es gibt so manchmal dämliche Spiele an, ne? Ja, dieser Moment, wenn du einfach von einem dummen Playout playt wirst Ja, so dumm war der ja wahrscheinlich gar nicht Aber der ist einfach genau dann hochgesprungen, wo man es nicht nur vermutet hätte, weißt du Das nervt dann schon ein bisschen Oder wenn du prediktest und der Gegner den einfachsten Ball der Welt einfach nicht trifft Zum Beispiel, oder du einen extrem heftigen Schuss machst und der einfach den Ball trotzdem saft Aber ich glaube, der kommt hoch Ach, berühr den doch nicht, du Mongo, Alter Nicht nach hinten spielen Ja, doch 120 Stunden Plays hier Naja, ich bin echt froh, wenn ich den Ball drehe, scheiße Overdrive Parade, open now, bei Naderboot Ich auch Okay, geil, open Jetzt zieh ich kurz her, für der Torx-Person oder ich bin noch Ja, also Wenn ich dir sage, dass ich alle Black Markets habe, Junge, dann rast du eher aus Blazer Rocket Trail Ja, geil Mega brauche ich unbedingt Läuft der bei dir Ja Niko, du musst raus Du darfst in den Augen oder sagt, dass der rausgeht, ey? Du wartet die ganze Zeit, wie so ein Depp Ja, open now heißt, dass ich rausgehen muss Ja, aber nicht mehr am Lernen des Pausebildschirps, aber Nein Yes, Mox Das ist, äh, ich glaube das geilste, was ich, ich habe bisher so 70 Kisten aufgemacht Und das geilste, was ich jemals gezogen habe, war 3 Keys wert Geil, oder? Ja, ist richtig geil Macht richtig Bock Nicht einmal reingedockt Nur so alle 20 Kisten mal irgendwie ein 3 Key-Item Wow Die Torx-Person ist so geil Ich fand mein Freestyle ein bisschen cooler Ne Über die Torx-Person geht gar nichts Das ist, äh, ne Wenn ich dir sage, dass sie sogar noch im wertvollsten zertifiziert ist In was denn? Jongleur Okay Na, da kenne ich mich gar nicht aus Ich weiß halt, dass, äh Alles gut Dass Crimson und Weiß halt, äh, meistens die teuersten Farben sind Aber dann hört's auch schon auf Ich trade auch noch nicht so lange Auf was für Spielen? Wir spielen auf PC Ja, ich auch Achso Ja, obviously, ne Ja, natürlich hab ich vorher Ich hab jetzt Auf Steam hab ich ca. 1600 Stunden Und ich hab ca. noch mal 800 bis 900 auf der PS4 Aber PS4 ist einfach scheiße Ich hab ja auch nicht mehr, ich hab die verkauft PS4 hab ich als mein Blu-Royal-Player Ja, da hab ich bei mir in meinem PC drin Ja, dann Ja, wie und dann, dann guck ich da halt in Fimmel Wofür braucht man, wofür braucht man sonst einen Blu-Royal-Player? Und PS4-Spiele spielen Ach man, ich dachte, ich könnte ihn faken Jetzt passt Das einzige Spiel, was ich für PS4 hab, ist Fallout 4, weil's das dazu gab Sorry Alles klar Ich bin in deinem Team, ne? Ich bin nicht der Ball Ja, hab ich grad vergessen Kurz ausgeblendet so Ich hab nur einen Ball gesehen und dachte mir, alles klar, den muss ich hätten Auf jeden Fall krasser Ehrdribbel von dir Das bin ich grad ein bisschen am üben Äh, leider ist mir der Boost ausgegangen Der wär schön gewesen Da landet der, 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 der Das ist der Niko, glaub ich, ne? Ja Ich weiß nicht Der landet da, wo ich will Landet einfach eins gleich direkt wieder an mir Ich denk mir nur so Ja Jetzt Oh, der kommt zählt, Junge Oh Ich bin zu spät in die Luft gegangen Null Ansonst, schöner Post Nyaaah Hahaha 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 Ja, wusste so Alle gefaked Da passt Da passt einer Jetzt Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hahaha Oh, oh, scheiße, Niko, du bist einfach so der krasse Antibet, das ist ein Witz, ey Oh, oh, ich seh's auch genug, ey, das ist so schön, ey Das ist echt so, ey Hahaha Hahaha Jetzt hab ich den nicht getroffen, weil ich lachen musste Oh, scheiße, Niko, wie kann man da so ein Antibet sein, ich hab keinen Bus Ja, ich dann Okay, aber eh alle gefaked Komm mal hier Jetzt wollen wir meinen Bus geklaut, ist ein Witz Ja, ja Aua 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 Redirect oder so Redirect oder so Ne, dass der halt sozusagen den Ball sozusagen berührt Aber in den Niko Ich komme Ich komme In 90.000 Milliarden Ich komme Oh Hahaha Das war so falsch Einfach auf Ball springen, scheißegal So, der geht aber Hm, der war decker Der war decker Guck mal, so nämlich Guck mal, so aber Guck mal, so aber Das wurde aber, wenn du nicht in die Richtung geht Oh Ich dachte, du nimmst Ah egal Ich war grad mit Lachen und Busolen beschäftigt Mehr mehr als zwei Sachen sind leider nicht drin Ja Danke Guck mal, das war's Das war auch ne Vorlage Aber es ist, du siehst es ja jetzt Guckst dir jetzt mal an Ich schieße ihn das nach vorne und wollte eigentlich mit Backboard Also das ist halt mega wichtig Wenn du den jetzt höher geschossen hinst Guck mal, es fliegen zwei hoch Zwei Torwerte, ne? Hm Dann hättest du nur noch eine ausspielen müssen, sag ich mal Das ist so die, die, die Technik da dran, oder? Das ist glaube ich, ja Nee Will ich nachhelfen? Und träumst du nach? Guck mal, ich helfe nach Davon, dass er den reinmacht Nee Natürlich träumst du davon nachts in die Kopf Nee Natürlich träumst du davon Wahrscheinlich Dann redest du so im Schlaf, den mach ich jetzt bei uns rein Scheiße, jetzt hab ich Ich hab vielleicht nen Fehler begangen Was ist so? Ich hab vielleicht nen minimalen Fehler begangen Ja gut, ich blick auch blöd Ey, ich hab auch verlassen geredet, was soll das? Ich hab vielleicht den übelsten Bullshit ausgerüstet aus Versehen Den ich gedroppt bekommen hab Hahaha Ist ja vielleicht nicht so geil So Probier mal was anderes aus Die Fledermaus kann auch alles Die Fledermaus-Antennung von dir ist echt geil Oh scheiße, die hast halt seit Halloween drin Was die hab ich seit? Seit Halloween hast du die drin Seit dem es die gab Nee Nicht? Der hat aber mit diesen komischen Smiley Ich hab schon Ich hab schon Ich hab schon seit über ein Jahr Keinen Topper mehr Und auch keinen Also Bierhelm muss einfach sein Nee Ja Bierhelm ist fesch Aua Dann ist da keiner, Alter Dann ist da keiner, Junge Das war ein Traumpass Oh mein Gott Ja ja Den hauen wir raus Der war wisse Ganz bitte Ich hab ihn mit meinem Anus Die ins Gesicht gespielt Ich hab ihn mit meinem Anus Hätte ich keinen Buß Guck mal so, nimm nicht Ja, aber du musst zugeben, der Pass war ein Traum, Junge Der hätte ich Buß, der wär auch geil gewesen Aber das ist jetzt ganz gut Ich wurde schon zum zweiten Mal zerstört Jetzt treff ich den Jetzt treff ich den Oh Der war nice Oh Der war nice Ja, zum Safen, ne? Ja, zum Safen, ne? Der war der nice, alter Der war ein richtiger Buß Hallo, das ist Hallo, das ist Gil dieser Safe, Junge Weißt du warum? Weil Niko mal den Ball nicht auf unser Tor gehauen hat Während er safed Nein, weil er sonst mit Backboard wieder gekommen ist für den Gegner Dann musst du dir mal die Wände hochfahren Das ist Okay, ich spiel schon viel zu lange Also, ich kenn nur Blackboards Guck mal so, nimm dich Du gehst mal weg Was für'n Depp Das war jetzt das Blackboard, oder? Ja Hättest du gesagt, machst du mit Backboard wär ich da gewesen Aber nein Aber nein So weit denkst du noch nicht Ich schrei einfach immer Mitte Es kommt auch noch Es kommt auch noch Also ich sag einfach immer Mitte und hofft, dass einer kapiert Was ich meine Aua Ja Drittes Mal zerstört worden Nice Genau Ich hab damals auch nie Ich hab damals nie Ich hab damals nie Ich hab damals nie Ich hab damals nicht gehört Ich hab damals nicht gehört Das war so schlecht Das war so schlecht Ich hab mich echt zugeben Einfach so Da hatte man überhaupt keine Ahnung vom Spiel Aber seitdem man so seit, sag ich mal einem Jahr oder anderthalb Jahren, sag ich mal ESL spielt Dann ist das was anderes Ich hab tatsächlich noch nie gesehen Nein? der macht ja so ein traum passt aber nicht für die ich mich dazwischen geworfen hat ja ich wird wieder zerstört aber schön verkackt ich habe kein bus wird schlecht alles jetzt mittel jetzt komme ich okay ich mir einfach den ball raus wir brauchen noch die stelle acht mal was büte 1 kalt in die eigene hälfte krass ne wenn ich in die eigene hälfte spieler dann treffe ich ihn andersrum nicht was für schicksal schicksal dass du schlechteste rocket league spieler bist oder was wie ne das würde ich jetzt wirklich sagen das ist jetzt eine überspitze aussage ja glaube ich ja nicht ich glaube schon ne ich glaube nicht gebe ich dir aber schriftlich ich ja und ich habe keine bus ja ich auch nicht zehn sekunden ja easy machen wir noch eins das ist der raff mich einfach mal weg hau mich einfach gegen den ball das ist natürlich jetzt bitter schau es dir an was das wäre eine parade ha dankeschön ich habe mich bezogen aber egal ich kann ja nichts machen wenn du den so rein haust ich wollte den abwiechen aber der hat nicht funktioniert ich kann dir eigentlich irgendein vieh ins auge fliegen wenn du deine brille auf hast ja das frage ich mich auch und vor allem die zweite sache ich habe ja fliegen geht zwar ja aber sonst das ist schicksal das ist schicksal die gehen durch die solche gehen die durch schicksal wenn irgendwelche obst fliegen oder so oder was weiß ich nicht oder hast du ne brille ohne gläser ja das wird sein ja deswegen ist deine brille auch irgendwie immer alle zwei drei stunden dreckig ja ja der hat so schweizflecken drauf alle was das einfach fliegen die da immer dran fliegen ja mann die werden immer einfach da zermatscht ja und dann sind da die reste immer drauf ja die werden voll geprollt was war das denn äh 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 jetzt entlang jetzt machen wir es rein bitte ahhh ja wahrscheinlich vorhin hast du mir gesagt nicht in die eigene hälfte ja das war nicht mal mittellinie ahhh das war es nicht so gut hast du schon mal was von Blackpass gehört ja hab ich vorhin auch gemacht macht er jedes Mal auch wenn keiner da steht glaub ich auch ja das hab ich da vorausgesetzt er denkt sich nur immer so ja gestern stand da auch einer ich hab auch nichts geschitten dann triffst du nicht mal da hab ich getroffen ja den Ball aber nicht das Tor Junge ja wie soll ich denn auf dem wiekel das Tor treffen ja kannst du auch die Seitenrolle machen Junge Seidenrolle das soll übel werden oh ich wollte mit den Pinchen alles weg alles weg ja fick dich doch man hahaha nur wenn du rum bist das soll ich denn da machen das war doch schöner Pass würde ich sagen ja hast du den gesehen der Fett weiß egal ob er den Ball trifft hauptsache er destroyed mich Junge ja das ist wichtig weißt du mit was weißt du mit was oh ja hab ich sup optimal oh nett nee oder ach komm den hätten sie mir jetzt auch gönnen können ey normal ey das ist ein Witz ahhh jetzt leh jetzt leh jetzt leh jetzt lehls kein boost ja oh fuck ja ja oh neee ich hätte ihn rausgekriegt siehst du hast er auch na Junge ihr kennt doch bestimmt jetzt nicht doch bei Roller ne ja ich würde 10 Keys dafür ausgehen wenn man seine eigene Sprüche machen könnte und dann auf jeden Fall gibt's nicht doch bei Roller jetzt komm ich huiii oder verpiss dich und lass mich überholen oder irgendwie so Junge da ist einfach keiner ich würde einfach ich würde einfach ich würde einfach verdient Ausrufezeichen nehmen für Nico immer wenn er zerstört wird verdient verdient einfach nur für Nico wenn er zerstört wird ach Nico verdient ja der war ja ich hab recht dabei Junge würde ich auch direkt zu meinen verdient ja so jetzt muss ich den Herflern ja fast ja da ist mir der boost ausgegangen mhm hab ich gesehen du warst schon längst am Ball vorbei und hast immer noch weiter geboostet ja wie ich's kann wenn du einmal zu tief bist vom Ball dann kommst du nicht mehr hoch dann richten wir die Schubdüsen nach unten und flyen nach oben so nehmlich so nehmlich dann jumpen wir noch mal gegen unser Haar und raus so nehmlich der war's der war's ja was ich spieg da einfach rum ich kann die Karte nicht kontrollieren und du sprichst mir an rein das soll ich da tun Mann ja ich hätte aber easy gehabt Mann ja das kann ich ja nicht sehen mein Fokus liegt halt oh fuck kannst du umschalten denn wenigstens? weißt du wie das geht? ja das wird schwierig zwischen Ballkamera und Nicht-Ballkamera und Rückwärtskamera und Seitwärtskamera eigentlich willst du jetzt nein sagen oder? eigentlich ja ich stelle das bist du wirklich ja du kannst ja zwischen verschiedene ach so Kamerasituationen umschalten ne rechts musst du mir jetzt mal erklären ach so der ist mein Burscht ich will jetzt nicht hin warte mal neine Chichikrelle Traumpass nein oh man ich wollte noch einen machen hat er beinigelassen also ich hab gehört das nächste Spiel holen wir aber was wollte ich das nächste Spiel holen was für ein Spiel? was für ein Spiel? ja genau das was für ein Spiel was für ein Spiel was auch nicht mehr hier spielt ja so eins mach ich noch dann geh ich ins Bettchen da hast du keinen Bock mehr Nico zu carry'n nein ist doch lustig mal ist doch lustig mal so und jetzt musst du dir das vorstellen diese Antimidaktion muss ich jeden Tag ertragen was heißt denn hier muss? dann spiel doch lieber mit mir Will ja Will ist das bessere Wurst ach ich hab meine Directors noch drin Junge die Reifen sind scheiße ich nehm die gern ja gibt mir 80 Keys so viel hab ich nicht nicht verantworten kriegst ein dann kannst du mir ja donaten oder auch nur aus selbst ausleihen wär halt schon sick oh ja aber ich glaube leise ich dir nicht aus ob so egotistisch wegen mal wieder beigetroffen sehr krass oh genau schade ade 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 er möchte hier wieder trollen er möchte trollen? der Gegner hier welcher Gegner? ja dieser Opfer da wer ist der? nitchi enrage oder was? ja ja also den den braucht er weiß ich's auch nicht NICO was ist das denn? also ich will extra wegfahren dann kommst du an dann kommst du ja was ich will wegfahren guck wie du mich weggesnackt hast guck 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 du bist so ein Wichser ey ohne Scheiß das war ja auch glückliche Umstände das wär dein Spruch ohne Scheiß das ist echt mein Spruch ne ich würd am besten ich hab's verdient der wär der beste das ist ja der Spruch gegen ihn aber er braucht ja auch wer dafür ist er trifft nicht JETZT hast du gemokst? Obermokser oder? Oberbürgermokser maaaann da bleib ich am Gegner hängen das ist aber ach man er drückt was er drückt was zu wenig boost zu wenig boost boost erst rückpass ich dachte der zweite fährt auch vorbei der kann nix ah der kann nix der kann nix guck dir das an wie der mich wegbammt Junge guck dir das an BATZ Junge du hast einfach nach links gedenkt weißt du es passiert? du hast einfach nach links gedenkt du hast einfach nach links gedenkt ja weißt du was du machen hattest du in der Mitte stehen müssten ja ne ich hab dich gesucht wo warst du? ich wollte dir den Pass machen ja neben dir und dann bist du gegen mich gefahren aber du stehst einfach neben mir Junge ja was los mit dir was los mit dir was für Backup das ist kein fucking Shooter back up back up oh dass du viel CS gespielt hast doch aber ich auch Wasser Schuss ja den hab ich jetzt auch noch richtig gut gebracht so? ja vor allen Dingen jetzt klingelt's mit seinem klingeln Junge das ist dein Spruch jetzt klingeln wenn ne Parade passiert dann musst du nicht was für ne Parade ah ich dachte es klingelt Junge Scheiß Bob Bob der Klaumeister bitte ach Gottes Will ja ich komm mit der Spielweise nicht klar wenn ich das schon sehe dass zwei Leute auf einen Ball fahren ey Junge 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 Matrix Matrix der Führerschaft Matrix gut dass ich dich da hoch gebombt hab mein Bust haha Haftsache er er trifft den Ball da ist die Hauptsache das stimmt einfach drauf Scheiß was passiert juckt guckst du zum Beispiel ja jetzt machst du guck mal das ist doch schön in der Mitte ja du willst du noch mal in der Mitte haben ja ich sag das doch nöö so ich mach es halt selber er trifft sogar Junge ist das dein erstes Tor seit 120 Stunden? das ist eine Frage des Widens ist das dein erstes Tor seit 120 Stunden? hhhhh 2020 ich glaub es sind ein paar mehr so 2 ja vielleicht vielleicht auch 2,5 2,5 ja ja einmal innen Pfosten und wieder raus weißt du ok gut händen wir das auch gezählt den hab ich so schön abgelenkt hatte ich ja dachte ich treff ihn nochmal Das glaubt keiner bei dir, dass du dich nochmal triffst, glaub mir Ja, hallo, der hätte ja gehalten Ja, alles gsafe Da ist ja gar niemand mehr da Ah, ich hab Spaß Wirklich Ich weiß ja auch, wie ich immer beim meisten Standard spiele, weil die alle Toxic wären, Jürgen Mide, Mide, Mide Erst was da? Ja, also bitte Ja Boah, ich weiß gar nicht, wieviel ich davon hab 4000 oder so Ich guck dir mal die Vorlage an, ja War ja göttlich Ah, mein Burscht Juckt mich nicht, ey Ja, mein Tor Schöner Schuss Boah, der war ungestarkt Richtig abgesnackt, ey Wär der auch so rein? Der hätte den glaub ich gehabt Der war nicht rein sonst Nee, der hat den never gehabt Echt so, der hätte rausgefiegt Tor ist Tor, ey Ist mir egal von wem, Hauptsache Tor Hau's noch da drauf Ja Hau's noch da drauf Oh, Mann Uuuuuh Immerhin nicht letzter Ich chill hier nur mein Leben jetzt Immerhin nicht letzter Ich kann mit diesen Scheißreifen nicht fahren, ey Das sind die einzig wahren Reifen Versuchst du noch ein Match? Einen Match wollte ich wohl noch machen Ja, okay Richtig Zauberhude Ey, Junge Seit über 200 Stunden oder so Seit ich 200 Stunden erreicht hab Ich hab keinen Dachaufsatz Also keinen Topper mehr Keine hässliche Antenne mehr Das irritiert einfach alles nur Hallo, der Bierhelm und die Fledermäuse Ja, ist doch geil Wahrscheinlich trinkst du Bier und denkst an Fledermäuse Antenne hab ich auch schon lange nicht mehr Weil's einfach irgendwie nicht so passt Also einen Topper lass ich mir nicht nehmen Das einzige was ich nehme ist Vielleicht Sonnenbrille oder so Oder Cap Ja, die hab ich ja auch Aber alles andere benutze ich nicht mehr Stört nur noch Uh Ja, ramm ich Wiggeln Wiggeln Du hättest mich nicht da gerammt, ne Bist du ausgewischen? Ich bin einfach nur straight gefahren Jawoll Du hast einfach Ballkamera angehabt Richtig So wie immer Siehst du? Ey, du keine Ballkamera angehabt hättest mich gesehen Boah, der kommt gar nicht mehr Sealing ey Was für'n Rotz Was war denn das? Da schreibt mich grad irgend so'n Kevin an, alter Und der heißt echt Kevin Justin Was für'n Was für eine Parade Danke, 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 danke Kein Problem Oh fuck, ich wollte kein Problem schreiben Bin ich diesmal nicht an unserer Gegenton schuld Naja Bitte 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 Boah Dulll Er rührt ja auch noch Der kleine Schlingel Oh Ich will den Ball easy treffen und der BAM Junge Roter Hahahaha Hahahaha Ah, du musst dich bis Lachen wieder Nja Schon wieder geraten Der hätt sie bald eh nicht gekriegt Aber der war eh schon da So geht das Voll gierig ihr zwei ey Voll gierig? Was ist dir das? Gierig, gierig, gierig What a safe What a safe What a safe Ich kann nicht mehr schreiben Der Spirre Aber das war doch schöner Pass Ja der war gut Ja der war gut Dieser Fake, Junge Der Fake war echt gut Ja, ne? Der eine Einer hat schon gedacht so Hä? Wo ist denn der? Alter, Junge Ich wollte mit der Eier fliegen, du Mongo Der schon wieder lachen muss, ey Hahahaha So, 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 so geil Hahahaha 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 Ich lande einfach Ja, und du stößt mein Landevorgang So Was für ein Landevorgang? Bist du im Flugzeug, oder was? Landevorgang? Jaja Landevorgang Hahahaha Siehst du, dass das in 2.000 Stunden noch nicht gehört hat? Ja, was denn? Doch, hab ich. Ich hab schon gehört, ich lande auf deiner Landebahn. Aber dass sich jetzt auf deiner Landebahn gestört hat, dein Landevorgang, hab ich noch nicht gehört. Das hab ich echt noch nicht gehört. Er kam da so angeflogen, ich dachte mir so, komm, bums die mal weg, macht da so ne Drehung, fliegt weg, oh, landet direkt vorne auf meiner Haube, äh. Ja, ja. Ja, der hat ne Master. Ja. Versuch niemals den Trollkönig zu trollen. Das gibt's nämlich gar nicht. Das geht echt nicht. Das ist unmöglich. Ach, Menno. Das ist echt Menno. Ohhhh. Schön, der könnte gehen. Ah. Ja, ich weiß. Der will mit dem Durchschnitt, dass der nicht geht. Ja, ne, ich auch nicht. Ja, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Ei, 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 ei. Irgendwie ein krasser Schuss von dem, ey. Und dein Fake war auch wieder göttlich. Ja, ne? Ja. Und ich wurde gerammt von dem Gegner das erste Mal, Alter. Was denn da los? Halt drauf jetzt. Oh, ja. Ja? Ja, genau. Fick mich doch, Junge. Soll ich mal den Feuerwehrschlauch rausholen? Mann, 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 Alter. Trix. Junge, wie heißt dieser da? Wie heißt dieser? Daniel. Oh, da kommt nochmal richtig sick. Ah. Ah. Fuck. Ja. Guck mal, das Outplay hier. Da, erstmal. Der wäre fast reingegangen und dann bin ich falsch gelandet und dann hätte ich den reingemacht. Aber dein Pass war, naja, ich würde mal sagen, Note 6 plus ungefähr. Ah, okay. Nein, ich würde sagen, war ganz gut. Echt. Echt. Ernst gemeint, ne? Da bin ich jetzt gerade kurz in die Fischen. Ernst gemeint, der Pass war gut. Ja, das ist davor. Hab ich gesagt, das war gut. Okay. Das war diesmal, ey, wer hat da mein Bus geklaut? Frechheit. Jawohl, da hab ich ihn weggeraucht. Geil. Jetzt, jetzt, jetzt. Pass, pass. Mitte, Mitte. Ja, ja, Hans. Da war er wieder. Hans, mit dem dicken Schwann. Mit seinem dicken Schwann. Hat Spaß gemacht, ja, sehe ich auch so. Nein. Nein. Puh. Iggy. So, lass mich jetzt mal. Ja, ich auch immer meine Bruder noch ein bisschen auslüften, sonst verreck ich mich. Tschau. 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 Ah, das war schön. Ja. Ach, war echt geil Konnte echt einiges